Ich sammle Luzern Müllansetzungsschutz für die Tiere. Um meine Rechnungen zu bezahlen und eine Weiterbildung im Naturschutz zu machen, brauche ich pro Monat 3000 Franken. Ich wäre froh, wenn du mich mit einer Spende von 10 Franken pro Monat unterstützen würdest. In der Videobeschreibung habe ich noch Affiliate-Links verlinkt, über die du mich unterstützen kannst, wenn du dort etwas kaufst. Willkommen zu meinem heutigen Video. Heute zeige ich euch meine Video-Analytics von den letzten 28 Tagen an. Heute ist der 17. Mai. Und ich habe in den letzten 28 Tagen 274 Aufrufe gehabt und 13 Abonnenten dazu bekommen. Und insgesamt hatte ich 107 einzelne Zuschauer. Durchschnittliche Wiedergabezeit von 42 Sekunden. Und 35% meiner Abonnenten kommen aus der Schweiz. Und 76% der Leute, die meine Videos schauen, haben noch nicht abonniert. Und die Wiedergabe der Zuschauer habe ich 14, die mehrmals meine Videos schauen. Das sind dann wahrscheinlich meine Abonnenten. Und ich würde euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren, damit ich möglichst schnell Geld verdienen kann. Und damit ich nicht mehr gratis im Naturschutz aktiv sein muss, weil ich keine Arbeit finde ohne eine Ausbildung. Und ich habe mich schon oft bei mehrmals Orten beworben. Und die haben immer manche genommen, die eine Ausbildung haben und auch schon Berufserfahrung. Und ich habe nur ein Jahr Berufserfahrung im Zivildienst. Und sonst kann man nur gratis arbeiten. Was ich eigentlich jetzt schon mache. Zum Beispiel diese Woche bin ich am Mittwoch und Donnerstag bei der Pro Natura in Luzern am Goldruten-Ausreissen. Das ist ein invasiver Neophyt, den man in der Schweiz in den Naturschutzgebieten bekämpfen muss. Das ist ein invasiver Neophyt, den man in der Schweiz in Luzern am Goldruten-Ausreissen.